es könnte ein fingerbrecher werden so sind wir auch schon gesagt was ich sagen muss schon mal sehr gut das ist so ein portal stein ich habe keine ahnung okay also auf schiff habe ich noch mal so das stößt sich von der wand okay okay rechte maustaste ist tabu anscheinend oh man so okay so nicht heute aufs wochenende ist denn ein ganzes wochenende für dich oder schauen wie fit dafür dass ich hier in meiner nacht wach geworden bin was passiert ich kann nicht immer sofort testfasern ich habe ich habe noch keine ahnung von dem game also ja und nun sind wir hier was habe ich denn jetzt hier eine werkbank wollen schlüssel okay holztruhe essenskern und irgendwas anderes noch säuberungstrank okay gegenstand aus schnellleiste verwenden das soll ich verwenden okay von dem game nicht von dem biome ruin 1 okay ich habe die goldwaage gelegt hier alles war ach okay hier ist wer bist du interagieren warum denn alles mit s kann ich helfen muss er das haben ich habe genug von weiter können in allen richtungen richtungen verwendet werden viel glück danke okay da oben geht es nicht weiter also falsch schaden kriegen man scheinend auch nicht keine ahnung erst freitag wie üblich halt ja sonntagabend schon wieder vorbei ja es geht schnell immer rum das scheiße wochenende ne was soll ich denn jetzt hier was soll ich denn jetzt hier ich muss wieder aufs schwert gehen ein frosch reißt der jetzt um mir rum ne der war es auf jeden fall nicht also ins wasser dürfen wir auf jeden fall nicht und ich springe fast rein dieser sprung ist manchmal ein bisschen suspekt das ist so hoch nice eisenwürfel ok keine ahnung ob wir das hier einfach nur abbauen müssen oder was soll noch kämpfe kommen also das können schon mal versprechen ja wie immer camp fixen aber bin ich froh wenn ich mal irgendwann diese logitech weg habe okay also hier haben wir schon mal nichts mehr ich verstehe die problematik ich verstehe die problematik und jetzt sagst du kennst du alex wow ah hier war mit gold gold muss ich irgendwas bestimmtes machen ah ich hätte gerade meine kisten aufstellen können ne die werkbank und dann hätte ich mal gucken können was ich craften könnte mann warum sagt mir das denn keiner hallo danke viele edelsteine Iron house aufladen oder aufladen Was bist du denn? Hab ich gesehen. Au. Au, 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 au. Geht weg, geht weg. Ich kann doch schießen. Was ist da? Geh ich nicht. Oh, die Federn. Jetzt aufladen? Hab ich nicht. So, wir sind jetzt mal in diese Schwertür gegangen. Jetzt hat nur Edelsteine Farben, oder was? Ein Schlüssel? Ja, den holen wir uns noch. Er ist Reichtümer, wisst ihr doch immer. Oh, okay, da war was. Ähm, doof. Gibt's doch mal richtig. Jetzt auch mit. Okay. Das ist nicht nett. Aua. Ja, alles kann hier schießen. Komm. Noch schnell in den Intervallen hier, oder was? Aua. Das Verderbnisbezirk gesunken? Was? Okay. Und Pflanzen? Gib mir doch Energie, bitte. Also, wir müssen ständig in so Türen dauernd rein, oder was? Wir gehen jetzt erst mal links gucken. Haben wir da wahres? Doch nicht. Eine Schraube haben wir gefunden. Zinsfragment. Übriges Gel. Das ist ja uninteressant, oder? So, jetzt sind wir hier. So, brauchen wir den Schlüssel. Finden wir den? Ach, den können wir uns craften, wenn wir Gold hätten. Okay. Hm. Ich könnte Energie gebrauchen. Aber wir kommen doch nicht mehr zurück. Ist das falsch zu machen? Ja, direkt runter ins Wasser da, ne? Okay. Wirklich ist es voller Energie dazu? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020